Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute noch einmal mit einem Halloween Look, den Last Minute Look, bei dem ihr nicht viel braucht, super schnell geht und sehr einfach ist. Ich habe bereits ein Halloween Tutorial hochgeladen, das mit Pennywise. Ich hoffe, ihr habt euch das angesehen. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr das noch machen würdet. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017